Kain, bitte komm! In der Anlage ist dein Teil in der Vanguard-Klasse! Vermutlich SRS! Vermutlich SRF? Alle Vanguards gehören zu SRF, du Schwachkopf. Wenn du den Job nicht gewachsen bist, dann übernehme eben ich. Kain wird es schon rechnen. Ich eier sie, Stefan. Und dann, die automatisierte Testanlage, Kuppel 2. Also gecheckt! Ist er hier? Warum? Rücken Sie weiter vor. Das ist ein Gefehl. Pilot, unsere Wege werden sich in Kürze kreuzen. Cool, klingt gut. Ich orte mehrere Sicherheitskräfte der IMC. Machen Sie sich bereit Pilot. Ja... So wollen wir noch den zweiten Helden. War echt zu schnell, dass wir noch den zweiten Weg sind, aber es ist halt so... Lange nicht gesehen, BT. Im Gegenteil. Dank Ihres Helps konnte ich Ihren Fortschritt in Echtzeit verfolgen. Sie haben gut gekämpft. Die Steuerung des Schlammstroms ist in der nächsten Kammer. Ich markiere Sie auf Ihrem Hut. Vielen Dank. Was machst du da? Auf damit! Okay, das ist sowas hier. Okay, ihr Pfeifen. Das Maß ist voll. Ich komm jetzt runter. Ja... Ich sehe mich als ganz skumpe, Alter. Da ist ein kleinen Bromanse! Ich habe keine Ahnung, wo es hin geht. Was ist an mich alles los denn das her? Danke das. KBT Jetzt geht's ein bisschen Überbrücke Fuchtenfilter System Notabschaltung initialisiert Schicken die Tics rein Lander 4 setz jetzt die Tics ab Pumpenabschaltsequenz 20% Die Schlammfälle enthalten in hoher Konzentration Schärmetalle die myelazilerfassungssysteme stören Wie schwer kann das sein? Schieß einfach! In der Kampfzone, meines Piloten blind zu feuern, verstößt gegen Protokoll drauf. Ah, fuck! Pumpe abschneiden, 40%! Alles gut, hat er schon! Fuuuuh! Ah, ver-schissen, Alter! Ah, meine Fresse, wie lang so eine Mission ist, das ist auch echt cool. Aber so ein bisschen, ja, Nerven auch. Uff! Okay, cool! Ach, schade, komm ich nicht hoch. Digga, hast du klar, wie ich dir ausweichen soll? Uuuuuhu! Okay, ihr könnt mich jetzt alle mal! Uuuhuuh! Ich dürfte ja aufschwingen! Wuuuhuuh! Ich dachte, ich würde raufschwingen! Guck mal! ...abel... ...bomben. ...bomben. Oh fuck das ist so unwirklich Das ist mir ich muss irgendwo drauf wo sie nicht hinkommen können alter Ersteppt damit du nicht den Typen da! Baller doch einfach drinnen! Die Augen und Deckung in den Arschlecken! Ähm, ich hab keine Ahnung. Gehen wir mal zurück. Das ist natürlich nicht. 80 Prozent, das ist ja super. Leute! Ihr wisst nicht mal! Alle und so, ne? Tschüss! Oh, Alter! Hi! Na, alles gut bei euch? Wie geht's an der Frau? Das ist ja schön! Hi! Oh! Sichtkontakt wiederhergestellt! Leiste Unterstützungsfeuer! Unmittelbare Gefahr! An der Kielfeindliche Infanterie! An der Kielfeindliche Infanterie! Das war ein schwieriges Gefüchtpilot! Sie haben sich gut geschlagen! Ich habe alles für ihre Achte notiert! Sie ist längst entschlossen! Alles kann auf dieser Seite identifiziert! Hier entlang! Na, mein Blick! Hi! Großer! Na! Ganz schön! Protokoll 2! Mission fortsetzen! Ich habe Befehl, Spezialeinsatz 217 abzuschließen und zu Major Anderson von der SRS zu stoßen! Merzig! Ich habe keinen Fall Oh! Oh! Du warst nicht zu Keynes Party eingeladen. Deshalb bist du jetzt tot. Sieh an, noch so ein mächtiger Einheld. Mit einem SRS-Titan der Vanguard-Klasse. Ja, du gefällst mir. Kommst mit einem Messer zu einer Messerstecher. Die Party kann losgehen, Grünschnabel. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Wirklich. 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 Wirklich.